100 Tage Parteivorstand. Die Zeit ist schnell vergangen. Erinnern wir uns an den Januar diesen Jahres. Unsere Partei erlebte die schwerste Krise in ihrer dreijährigen Geschichte. Einige Medien sagten Grabenkämpfe, die Spaltung der Partei und sogar den Untergang voraus. Doch alle diese Prognosen sind nicht eingetreten. Auf dem Parteitag in Rostock wurde ein neuer Parteivorstand mit guten Ergebnissen gewählt. Kurz danach begann gleich ein richtiger Wahlkampf um das Amt des Bundespräsidenten. Wir haben in der Bundesversammlung klare Botschaften an die konservativen Kandidaten Christian Wulff und Joachim Gauck gesandt. Kandidaten, die für Sozialabbau, Rentenkürzungen und Krieg stehen, sind für die Linke niemals wählbar. Das mussten auch SPD und Grüne erst lernen. In den ersten 100 Tagen unserer Amtszeit fiel die erfolgreiche Wahl in Nordrhein-Westfalen. Erfolgreich für die Linke, weil wir es auch dort geschafft haben, in das Landesparlament einzuziehen. Und nun ist klar, wir haben unser Wahlversprechen gehalten. Wir haben dazu beigetragen, dass Rüttgers abgewählt wurde. Wir haben dazu beigetragen, dass nun die Chance besteht, einen Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen einzuleiten. Wir waren zuverlässig. Wir werden jetzt aber auch darauf gucken, dass es zu einem Politikwechsel kommt und nicht alles so bleibt, wie es war, nur unter einer anderen Regierungsschiffin. Es gab Journalisten, die stempelten unsere Genossen dort als Chaos-Truppe ab. Doch nur durch die disziplinierte Enthaltung der Fraktion Die Linke bei der Wahl der Ministerpräsidentin wurden unsere ersten Wahlversprechen eingelöst. Rüttgers wurde abgelöst und eine Tür zu einem Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen wurde geöffnet. Wichtig war für uns, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesvorstand und dem Landesvorstand und der Fraktion sehr gut war und ist. Eine solche Zusammenarbeit wünschen wir uns mit allen Landesverbänden. Wenn jede Genossin und jeder Genosse seine ganze Kraft auf die Ablösung von neoliberalen Regierungen in den Bundesländern und im Bund konzentriert, dann haben wir gute Chancen, unser Land sozialer und gerechter zu gestalten. Dafür wurden wir nämlich von fünf Millionen Menschen gewählt. Im Herbst stehen wichtige Themen auf der Tagesordnung. Es geht um die Verhinderung der Rente erst ab 67. Es geht um eine vernünftige, paritätisch finanzierte Gesundheit. Es geht darum, dass die Bevölkerung nicht die Lasten der Krise zahlt, die andere verursacht haben. Deshalb werden wir im Herbst darauf drängen, dass alle anderen Oppositionsparteien, aber auch Verbände, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen gemeinsam mit uns in Aktionen eintreten, um tatsächlich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land eine Politik durchzusetzen, die die Verantwortlichen für die Krise zur Kasse bietet und nicht die Bevölkerung. Wir wollen, dass es dabei bleibt, dass man mit 65 in Rente gehen kann. Wir wollen, dass es dabei bleibt, wie es schon einmal war, dass die Gesundheitsversorgung in einer Weise finanziert wird, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch an den Kosten beteiligt werden. Die Aktionen im Herbst sind Grundlage dafür, dass wir die Veränderungen in unserem Land einleiten, die wir dringend brauchen. Vielen Dank.